Servus zusammen, Friday, GSP Airsoft und dieses Video wird ein kleines IWA 2015 Ankündigungsvideo. Was ist die IWA? Die IWA ist die Internationale Waffenausstellung und wie der Name schon sagt, geht es rund um Waffen, Tarnausrüstung, Schutzausrüstung, Tarnklamotten und darunter befinden sich auch Airsoft-Waffen. Das heißt, GSP Airsoft darf nicht fehlen und wir sind auf der Messe vertreten. Wir werden euch zeigen, was ihr auf der IWA hättet sehen können, was wir gesehen haben, interviewen die einzelnen Stände und so weiter. Wir waren auch die Jahre davor auf der IWA vertreten, haben das aber immer irgendwie verpasst, ein bisschen was zu filmen. Dafür werden wir das dieses Jahr umso besser nachholen. Wir sind mit drei Mann vertreten, Joris, ich und der Lorenz. Der Lorenz ist unser Kameramann, ab und zu wird der Joris oder auch ich filmen, sodass alle ein bisschen was von der Messe haben. Ein paar Punkte kann ich euch schon mal sagen, wo wir natürlich anlaufen werden, ist ganz klar Centaurant, das Manion Tiger und die ganzen Airsoft-Geschichten, die ihr auf der IWA 2015 finden könnt. Ja, das soll es auch soweit gewesen sein. Darkier und Rippercon haben sie natürlich auch schon angekündigt für die IWA und da ziehen wir natürlich hinterher. Wenn ihr irgendwelche Wünsche für die IWA habt, lasst es mich bitte wissen, dafür ist dieses Video da. Jetzt können wir noch handeln und planen und für euch wichtige Sachen, wo ihr euch wünscht, aufgreifen, diese abklappern und euch dann natürlich präsentieren. Die Videos werden so schnell wie möglich online gehen, natürlich wo, GSVRsoft. Wir werden euch auf Instagram und auf Facebook auf dem Laufenden haben und massig Bilder posten. Das soll es soweit auch gewesen sein, Friday, haut rein!